Hi Leute, hier bin ich wieder und möchte euch natürlich was richtig Tolles vorstellen. Und zwar den hier. Jason Voorhees. Alle kennen ihn aus den Horrorfilmen. Ich habe ihn als Figur. Und zwar von der Firma McFarley. Farley, Farley, ja irgendwie so. Ich kann es ganz schlecht lesen. Also da steht wirklich, ihr könnt es auch nicht sehen, McFarley, so würde ich das sagen. M-C und dann F-A-R-L-A-N-E. Ja, genau so wird es geschrieben. Guckt euch den mal an. Also ich finde, der ist absolut genial gelungen, wie die Jungs den hier gezaubert haben. Der sieht so schön aus. Ich muss sagen, das ist meine schönste Actionfigur, die ich habe. Die sieht einfach genial aus. Und dann bekommt er noch die Axt hier. Zack. Und dann steht er bei mir am Computer. Und dann geht es rund. Mit dem Morden. Ja, ich muss sagen, die ist auch so aus Gummi gefertigt. Ihr könnt die Arme ganz leicht bewegen. Ich möchte es jetzt nicht. Das ist jetzt so eingestellt. Die Beine könnt ihr bewegen. Der ist wirklich von einer sehr guten Qualität hergestellt worden. Muss ich wirklich sagen. Da muss man ein bisschen stoppen hier. Und ja, wie ihr das so seht, hier oben kann man sogar das Gehirn sehen. Ist nicht schlecht gemacht. Also es ist wirklich so ein richtiges Dekostück. Unsere Mütter haben früher immer Kerzen gekauft und anderen Dekoschrott. Wir Jungs kaufen uns eben sowas. Also, ich bin absolut zufrieden mit der Figur. Und falls ihr Fragen habt, fragt mich einfach. Schaut unten in die Infobox. Ich werde versuchen, die Figur zu finden und zu verlinken. Ich hoffe, ich finde sie. Und ja, sonst gibt es da nicht mehr viel drüber zu sagen. Ich meine, ihr kennt ja den Film. Und schreibt mich einfach an, wenn ihr Fragen habt. Bis dahin, Leute. Ciao.